Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIB 2 in Brüssel haben heute die Brexit-Verhandlungen offiziell begonnen. Hart oder weich, bis 2019 soll der erste Austritt eines EU-Mitgliedslandes fixiert werden. Wird es eine Trennung in Freundschaft oder ein Rosenkrieg? Späte Einigung, SPÖ und ÖVP finden doch noch Kompromisse in der Schul- und in der Gesundheitsreform. Erstmals seit dem Neuwahlbeschluss ist Bundespräsident Van der Bellen heute live im Studio. Feuerland, warum ein einziger Blitz in Portugal den schlimmsten Waldbrand seit Jahrzehnten ausgelöst hat mit mehr als 60 Toten.